Jo moin Leute, ich begrüße euch zur neuen Folge Duck Orbit Reloaded und dem Kalendertürchen 7 in einem Stücke, das heißt als Kalendertürchen und als normale Feldbuch geladen, wow. Eine neue Freundschaftseinfrage von Zufriedenwolle, Anomene. Clan Rang 61. Hm. Er geht doch wieder, mit einem guten Rutsch ins Neujahr. Danke, das wünsche ich dir auch. Schade, dass du weg bist, aber gut, hilf ruhig. Kenn dich aus YouTube, wäre gerne in deinem Clan. Jo, bitte, komm rein. Bist du gestern beworben, klar, komm rein. Solange Platz ist, kannst du gerne kommen. Und heute? Streulese Nummer 3. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. So, und ich vergesse, Ähm, Adventskalendere. Äh, da unten. Storst die 7. Äh, bin hier hinter. Oh, jetzt sag ich's eigentlich nicht, die sind. Was ist denn das? Guck mal. Was ist denn das? Da sind die Mülltonne. Ne, es ist so ein, so ein Werkstattwagen, so ein kleines Werkstattwagenteil, etwas gedöhnt. Yay, ein Werkstattwagen. So, Eddie hat wieder Premium, eigentlich, aus seiner Leiste. Ähm. Hallo? Äh, ich refresh mal die, ähm, Game-Seite. Vielleicht krieg ich ja meine Premium-Leiste dann. Ich hab nämlich wieder Premium. Ist übrigens 18 Uhr. Rot. Huah, 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 huah. Probiere die Facebook-App aufs. Nein, dankeschön. Nein! Wo der Premium? Wieso? Hab doch Premium. Wirst du mich verarschen? Ich hab jetzt immer noch kein Premium-Lautlack-Orbit, oder was? Ach, Leute. Dieses Premium-Spiel, ne? Ehrlich. Darf ich jetzt mal Premium haben, bitte? Ey. Ich hab immer noch kein Premium. Ich hab mir gerade Premium gekauft, ja? Das stört dieses Spielchen anscheinend nicht. 15.000 Schuss-Updates, sehr gut. Das ist der Hammer. Ah. Schön, dass ich die Drohnen-Formation hier oben drin habe. Wenigstens. Tja, das ist... Ich brauch schon die zweite Leiste, so ist das nicht. Wieso hab ich jetzt kein Premium? Was soll denn das? Danke, Robert. Ganz ehrlich, was soll das? Ich hab gerade Premium für Geld gekauft. 6 Euro. Das ist so viel wie bei euch ein Techniker im ganzen Jahr verdient anscheinend. Ja, also bitte. Meine Fresse. Das ist... Ne. Ich könnte mich schon wieder aufregen. Mach ich auch gerade. Ich bleibe unter 3 Minuten. Oh. Bei Beruche 1, 2. Schaff ich. Vielleicht hab ich irgendwann Premium. Irgendwann. Während des Sprungs. Jetzt kommt ja die zweite Leiste irgendwann mal dazu. Oder so. Ist die schöne weihnachtliche Stimmung gleich wieder am Arsch, weißt du? Dieses... Das ist das Schatten hier. Was sind das hier für Schatten hier? Hier, hier. Der Schatten hier ist das in meiner Fresse hier. Oh. Wieso springt der nicht auf die Warte? Was... Es hat jetzt echt das CPU zurückgesetzt, weil ich die Konfigur gewechselt habe, oder was? Gut. Wieso habe ich kein Premium? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, ehrlich. Ich weiß nicht. Ich habe es bestätigt. Alles. Alles. Ja, alles getan. Es kam auch keine Mitteilung, dass ich hier, äh... Und so. Das... Ach. Ganz toll. Ach. Ganz toll. Naja. So. Zack. Einmal durch. Nehmen wir zurück. Ich weiß, ich hätte jetzt einfach rüberfliegen können, aber... Ne. Ich fliege lieber andersrum. Machen wir lieber schwerer. Wer hat das ja wohl überleben. Wieder ein bisschen Schild, was mir zur Verfügung steht. So eine kleine weihnachtliche Quest. So. Was zeigt eigentlich die Framerate? Genau 60 Frames pro Sekunde. So. Sehr schön. 10.000 Credits, 200 Uri erhalten, 11.000 EP. Sehr gut. Für einen Anfänger sehr schön. Dann können wir mal weitergucken, was es jetzt noch so gibt. Mich würde es ja mal interessieren, wenn hier Premium ankommt. Wie lange das dauert. Dark Orbit. Warum das vor allem so lange dauern muss. Guckt euch das hier doch an. Mach kaum Schaden. Schieß auch kaum Raketen. Das ist der Hammer, ey. Naja. Wo fliegen wir eigentlich hin? Der jetzt echt noch... Ja, du musst weiterschießen. Da seid ihr geschossen. Komm, jetzt machen wir auch mal. Stand Konfi. Äh. Gut. Ja, ohne Raketen, ohne alles ist natürlich super hier. Echt. Fällt eigentlich dahin. Aber mein, ich glaube, das ist jetzt für die Quest gut gewesen wieder. Ich habe doch hier so eine Quest mit Zerstöre von... Ne, das waren die anderen. Ne, Feindeskarte. Toll. Schön. So, wie geht's dir weiter? Ein Riss im Universum, Besuche 1, 4, Koordinaten, dort und dort, ein Jumpschein. 107 und irgendwas. Und haltet doch eine Minute durch. Halt. Ein Stück weiter runter ist das irgendwo. Da ungefähr? Ja. So, ich halte jetzt auf 1, 4 eine Minute durch. Werde ich gerade so hinkriegen, glaube ich. Tarak Damage Mäden? Okay. Das ärgert mich immer noch, dass mein Premium weg ist. Trotzdem ich es mir gerade gekauft habe für Geld. Ressourcenbooster erhalten. Geil. Geil, geil, geil. Oder formschön, formschön. Nicht geil, formschön. Vielleicht halte ich jetzt hier mal eine Minute aus in der Nicht-Angriffszone. So ein Mist, Alter. So ein Mist, wo ist mein Premium, Alter? Ehrlich. Es lädt noch. Ne, es ist immer noch nicht da. Ne. Oridium. Meine Abos. Die seht ihr ja nicht mal jetzt. Ne. Keine Abonnements verfügbar. Schön. Toll und Balance. Hm. Das letzte Mal habe ich hier Extras gekauft. Missionerfolge ausgeführt. Na, schön. Ich glaube, ich habe es geschafft. Ich habe überlebt. So, weiter. Was haben wir noch? Icey, Metroid und Icey zerstören. 200.000 Schaden ist jetzt nicht die Welt, aber finde den Icey. Finden sie doch mal den Icey. Da ist ein Gegner. Da, Nordakia. Hier. Ich werde ihn jetzt zerstören. Boom. Ich dachte jetzt gerade, da ist ein echter Gegner. Und da ist kein echter Gegner. Nein. Warum nicht? Weißt du, ist... Ach. Du brauchst mal Buchse erhalten. Schön. Schön für die Buchse. Ist das ärgerlich. Meine Fresse. Komm, gib mir wenigstens jetzt noch zwei Beute-Keys. Vielleicht nochmal 10.000 Uri oder irgendwie was. Irgendwas. Gib mir einfach irgendwas. Mit dem ich was anfangen kann vielleicht. Wäre ja nett. Vielleicht wird es ja irgendwann mal gebucht, das Premium. Meine ist ja nicht so, als ob ich es gekauft hätte. Gekauft! Ha? Gekauft! Bigpoint. Gekauft! So. Du hast einen... 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 HR... Lesermodule erraten. Ja, meine. Leute, ich wünsche euch noch was. Ich kann ohne Premium das immer noch nicht fassen. Ich wäre jetzt ins Geld gegangen, aber ohne Premium kostet die Kami-Reparatur Geld. Viel Geld. Das will ich nicht machen jetzt. Deswegen, äh, nee. Einfach, nee. Bis morgen bei einer neuen Folge Kalender. Tschüss. Euer Eddie. overthrão. Wir leziehen. Ichw всем. Robert. Untertitelung des ZDF, 2020